Servus Assassin's Creed Freunde, wir schauen uns heute an, was am 23.01. alles rauskommt. Es ist auf jeden Fall nicht nur das DLC. Und zwar kommt morgen die Prüfung der Götter zurück. Wir hatten ja jetzt eine Woche Pause, so wie es immer ist. Und morgen am 23.01. um 16 Uhr wird der Sobek-Boss spawnen. Wird wie immer auf der Karte mit einer Quest markiert, kann man somit nicht verfehlen. Und dort könnt ihr euch natürlich das nächste Teil von der legendären Anubis-Rüstung abstauben, wenn ihr den Boss getötet habt. Wie gesagt, einmal pro Woche bekommt man nur einen Gegenstand raus. Da muss man wieder zwei Wochen warten und dann kriegt man den nächsten Gegenstand. Ja, dann wird natürlich auch die Community-Herausforderung wieder aktiv sein. Das bedeutet, wir können dann mit der Community zusammen einen Boss töten. Um die 100.000 Mal vermute ich wieder auf PC. Xbox One und PS4 sind ein bisschen mehr. Und wenn wir das dann ebenfalls abgeschlossen haben, bekommen wir einen Teil von dem legendären goldenen Anubis-Set raus. Ja, ich bin mal gespannt, ob wir das Ganze schaffen werden, ob wir das abschließen auf allen Plattformen. Denn morgen kommt natürlich auch, ja, das Hidden Ones DLC raus. Und ich denke, die meisten werden damit beschäftigt sein, eben dieses Hidden Ones DLC zu spielen. Und ja, bin mal gespannt, ob man es dann auch schafft, gleichzeitig die Prüfung der Götter noch abzuschließen, weil ich denke, jeder will das goldene Anubis-Set haben. Also killt mindestens fünf bis zehn Mal diesen Boss, den Sobek-Boss. Und ja, es ist nicht so schwer. Normalerweise braucht man zwei, zweieinhalb Minuten im Endlevel, dann ist der Boss tot. Ja, wäre auf jeden Fall cool, wenn man das überall auf der Konsolen und natürlich am PC abschließen können. Denn dann rückt natürlich das komplette Set etwas näher. Zum Hidden Ones DLC sind schon einige Sachen bekannt, was man mal auf der Xbox vorab geleakt bekommen hat. Es sollte um 0 Uhr freigeschalten werden. Also für mich heißt das, heute Nacht um 0 Uhr 1 soll das DLC dann verfügbar sein. Bin ich mal gespannt, ob das stimmt. Ich werde auf jeden Fall noch online sein, um zu schauen, wie der Preis ist. Dann werde ich nämlich noch einen Vergleichstest aufstellen, ob sich der Season Pass lohnt oder ob man lieber das ganze DLC einzeln kauft, ob man dann billiger wegkommt. Wie gesagt, das werde ich dann mir anschauen. Kommt auf jeden Fall dann über die Nacht noch ein Video raus. Ja, zum Gebiet her, wie gesagt, das sind glaube ich drei Gebiete. Bin mal gespannt, was die komplette Spielzeit ist. Ich vermute zwischen 6 und 10 Stunden wird man hoffentlich schon in diesem Gebiet verbringen können. Gibt natürlich legendäre neue Items, Pareitiere, eine Rüstung, einiges zum Holen. Werdet natürlich so viele Videos wie möglich rausholen. Ich weiß auch noch gar nicht, ob es ein Grabmal gibt. Finde ich auf jeden Fall cool. Wird mich freuen, wenn ein Grabmal rauskommt. Aber wie gesagt, viele Sachen sind ja noch nicht bekannt. Ich habe mich da jetzt auch nicht leaken lassen von irgendwelchen Leuten, die es natürlich hier auf der Xbox schon zocken können. Lasst einen Daumen da, dann weiß ich, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch richtig viel Spaß morgen beim Austesten des DLCs. Aber auch sonst, der es natürlich nicht holt. Viel Spaß beim Sobeckboss. Ich bin weg. Ciao. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.